Der TW K 270 L ist der liegende Kompressor von TWIN BUSCH mit 270 Litern Fassungsvermögen und einem Arbeitsdruck von bis zu 10 Bar. Das 3-Zylinder-Aggregat wird von einem kraftvollen 5,5 Kilowatt Elektromotor mit 400 Volt angetrieben. Der Kompressor hat eine Verdichterdrehzahl von 1040 Umdrehungen pro Minute und bei einem Druck von 6 Bar eine effektive Liefermenge von 780 Litern pro Minute. Den Arbeitsdruck können Sie mit dem Druckminderer nach Wunsch einstellen. Unterhalb des Druckminderers befindet sich das Halbzoll-Ausgangsrohr. Hierüber wird der volle Luftdruck in Ihr Werkstattdruckluftsystem geleitet. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich eine übersichtliche Druckanzeige und das Überdruckventil. Zudem verfügt der TW K 270 L über 4 gummirbare Füße für einen sicheren Stand. Der TW K 270 L wird inklusive bestehender Kesselprüfung ausgeliefert. Unterhalb des Druckminderers befindet sich das Halbzoll-Ausgangsrohr. Unterhalb des Druckminderers befindet sich das Halbzoll-Ausgangsrohr. Untertitelung des ZDF, 2020